da kannst du das spielen das ist es macht doppelt so viel spaß das würdest du nur musikern das ist einfach cool dass das empfehle ich jeden kugelt audioser ich kann das ja mal ja ich brauche das nicht zu machen das könnte googeln ja super ist den rest des händchens kannst du kannst du nicht hier noch erhunger ist ja hatte ich glaube wir sollten ein bisschen höher bauen ja warte schon wieder ja ich bin gerade tief konzentriert man tief konzentriert tiefer geht's gar nicht warum macht er hier richtig ein palace draus ein bisschen was von amerikanischen terrassenhaus finde ich ja kannst du dir leisten ja naja ich habe jetzt so viel holz gesammelt da können wir das machen ja wo hast du das gehund die betten hier ich habe die wolle du machst die betten ich brauche die menschen hast du die betten hast du die betten hast du die betten schlafen voll hunger ich habe volles inventar habe ich ja dann kannst du das alles in die kiste geschleppen ach guck mal da zu hause gesetzt sehr schön direkt aufgestanden das war eine schnelle nacht das ging wirklich schnell muss ich mal dazu sagen was du hast du hast fehlt es fehlt hier dass man das kann ich vielleicht braten kann damit ein bisschen nachhaftes nein ja nicht aber wenn man es brennt und so da geht die chemikale naja du weißt was ich meine ungefähr so ich kämpfe gerade mutig gegen zwei grünlinge so ich bin jetzt gerade beim höhe festlegen mach das mal also ich würde sagen die höhe muss gefestigt werden so wie die tiefe so ein bisschen xp sollte man ja nebenbei verdienen wo wir den gegen jemand die schon immer scheißegal ganz ehrlich wenig weil du kannst damit irgendwann alles verzaubern und das ist nicht egal ach naja bis zu später merken dass das nicht egal ist überhaupt nicht egal so ich verlieh gerade die orientiering orientiering rung orient ja orientierung ich finde das witzig wenn die auf diesem holz latscht ja das quietscht manchmal ja das stimmt so machen wir mal hol mal die scheiße darin was du da draußen hingestellt hast platziere erst mal hier hin quasi vors fenster so so tak 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 wo soll ich denn das jetzt hinstellen da vor das fenster hier hin was genau soll ich denn einstellen die truhe oder was in den ofen die truhe wollen wir nicht den ofenraum machen extra also was also das ist hier dann die küche oder wie ja das ist der wohnraum eingang küche der wohnraum eingang küche sehr logisch so schlafgemach und da drüben ist schlafgemach so und dann kann man ja immer eventuell hier nach hinten raus gehen ein stück oder so mal gucken ja badende hühner badende hühner glückliche dann müssen wir gleich mal einschreiten so wo soll ich denn als fenster hier machen hier ne da wo ich die lücken lasse lücken lasse ja also wirklich was denn was für ein großes fenster nein hier doch nicht geh doch mal rüber ja aber nicht so groß machst du alles die symmetrisch das ja lange nicht nee das muss schon irgendwie aber ich will nicht so aussehen wie du reicht ja wenn ich so im spiel so aussehen wie du oder nee nee du hast deine eigene textur endlich so jetzt kriegst du auch gleich dein dach ach so du hast schon festgelegt dass hier meine seite ist ne du hast ja gepennt habe ich hier gepennt ich weiß gar nicht mehr ja hast du alles gleich so was ich wollte gerade sagen sieht alles so symmetrisch aus ne naja dann musst du bestimmt so später so ein Schild hin machen eins und eins symmetrie so klassen wir her zack 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 sollte mal was essen zack zack ach ach so dann haben wir die grundlagen geschaffen für den Rest der noch kommt für ein Adonip für Adonip genau Na, das sieht ja ganz gut aus. Ja. Das sieht ganz passabel aus, würde ich mal sagen. Passabel? In der VW Passat. So. Na, was mache ich denn? Was ist denn los? 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Zack. Zack, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Da hat ja mal eine Tür gebaut. Zack. Wow. Die dritte. Findest du das nicht allzu eng hier? Eins vorziehen vielleicht? Ich finde das relativ eng. Kannst du nicht eins vorziehen noch? Dir das ganze Teil nach eins vorziehen? Also hier, so. Ich könnte das auch glatt machen. Was? Was, Gladbach? Bis hier vorziehen. Ja, gut, übertreiben soll man es natürlich nicht. Doch, bis hier ist gut. Bis da ist gut. Also hier so. Wohin? Warte. Hier oder was? I show you. I show you. I show you. Genau, bis dahin. Okay. Dann machen wir eine offene Terrasse hier. Dann haben wir ein bisschen mehr Auslauf, weißt du. Wir müssen ja nicht wie die Hühner da später in unserem kleinen Garten. Also Bodenhaltung, ganz wichtig. Freilaufhühner. Glückliche Hühner. Ja, von mir aus. Was machst du denn? Coole Tür. So. Zack. Das ist jetzt symmetrisch. Druckplatte rein. Ach, was weiß ich noch. Ist doch hübsch. Ist hübsch, ja. Ist hübsch. Du kannst ruhig ein pompöseres Dings machen, ne? Also. Was? Das hier so mehr Treppen. Bleib doch mal ruhig. Aber ist egal. Ich bin gerade hochgeregt. Hoppla. Wie wärst du mal, wenn du hier ein Dings hier wegmachst? So. So. Zack. Also ich muss sagen, dafür, dass es Hardcore ist, haben wir ziemlich viel Zeit gehabt, hier alles umzustellen. Das ist sowieso wahr, ohne dass wir großartig Probleme hatten. Ich bin zwar einmal gestorben. Das war auch meine eigene Schuld. Ich bin nämlich groß gehandelt. So. So. Ich hab... Wir brauchen Kohle, ne? 1, 2, 3, warte mal. Wie? Ja, Kohle brauchen wir, genau. Dann würd ich mal sagen, geh ich mal Kohle abbauen, irgendwo, ne? Wir sehen uns. Tschüssi. 2, 3, 4, ja, tschüss. Schnupftuch. So. An Schnupftuch nicht irgendwie etwas, was man hier mit Tabak und so in Verbindung gesetzt hat? Nee, nicht wirklich. Nicht wirklich, lieber Schuh. Ich... So. Naja. Also die Hühner sind auch ein bisschen komisch heutzutage. Durch diese ganze Öko und so Zeug. Jetzt legen sie schon Eier unten in den Höhlen. Ja, durch das ganze Desaster hier, Finanzkrise und so. Ja, naja. Sind sie gezwungen, in den Ghettos zu leben? Quasi. Modum. Quasi Modum. Genau die meinte ich. Genau den, aber der war ganz schön hässlich, muss ich gesagt. Der hat auch nichts mehr, ne? Zu sagen gehabt. Der war so hässlich. So schrecklich hässlich. Da gibt's noch ein Lied, oder? Der war so hässlich, dass er einen eigenen Namen gekriegt hat. Quasi Modum. Glöckner von Notre Dame. Ich hab diesen Titel jetzt zum Beispiel nicht. Wie nicht? Was ist denn das? Erde. 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 Jetzt hab ich Fackeln. Du hast eine Fackel, ja. Die hast du aufgesammelt. Geh mal kurz hier in die Höhle. Um zu gucken, ob ihr irgendwo... Ach, ein Knochen-Sack. Was gibt's? Der trifft. Und dann zieht er noch eineinhalb Herzen ab, der Typ. Es wird dunkel, ja? Also... Ne, ich kann nicht. Es wird aber dunkel. Das gibt's nicht. Klar wird's dunkel. Hast du Holz geholt? Oder... Du holst gerade hoch... Du holst gerade Holz, wa? Was? Kohle, mein ich. Kohle. Kohle wollte ich hoch. Ich hab aber leider keine gefunden. Fackeln. Das wird jetzt wirklich langsam bloß, ja? Was willst du denn facken jetzt? Facken, facken. Facken hab ich doch. Geht jetzt so? Ich hab genug facken hier. Den gib mal her. Oh, klar. Eine reicht. Ja, keine Ahnung, wie sich gerade zwei gelegt hat. Und hier, vorne auf die Spitzen. Treibst du immer auf die Spitzen. Da eins und da. Auf der anderen Seite bitte auch. So. So, ab in die Heier. Ab in die Heier. Gute Nacht. Achso, das war dein Zimmer, ne? Jaja, ich liege schon. Gute Nacht. Wie? Hä? Das hast du ihn jetzt gemacht? Hast du mich rausgeschmissen und du bist drin gesprungen, oder was? Nö? Es wurde aber hell, ne? Ja. Ja, schlagartig. Nee. Ich kann nur schlafen. Es reicht also, wenn einer schläft, oder wie? Und du dich denn draufschmeißt, oder was? So, ähm, was machst du da gerade? Wollen Sie das verstehen? Ich habe jetzt gerade mal überlegt, was ich eigentlich jetzt brauche. So, dann gehe ich mal, was soll denn das hier? Das ist in meinem eigenen Haus gelassen. So, wir haben ein schönes Haus, ohne Glas. Ich warte. Weißt du, dass hier, warte mal. Weißt du, dass das unsymmetrische ist, was du hier gemacht hast? Aber okay. Ich mache nie was unsymmetrisches. Doch, aber richtig. Komm mal her. Moment, warte. Ich habe das Glas noch nicht eingebaut, damit du es siehst, weil sonst wäre es ja Glasverschwendung quasi. Guck dir mal von hier was an. Was ist denn hier falsch? Außer das. Von hier? Ja, guck mal links dein Fenster, am rechts mein Fenster. Ja, guck mal links dein Fenster, am links dein Fenster, am links dein Fenster.